Noch kein Sound auf der Schüssel. Oh, schlägt es aus, schlägt rein, schlägt es aus. Das Ding ist, wir können jetzt gar nicht für Marco singen, weil es ja dann morgen ausgestrahlt. Ja genau, wir können ihm gedenken. Auf jeden Fall wollten wir Marco noch zum Geburtstag gratulieren, weil er hat jetzt am Montag Geburtstag, wir haben einen Nussgipfel mit Kerzchen ins Büro gebracht, sehr kitschig, romantische Stimmung am Frühjahr am Montagmorgen. Und es ist ja sonst Geburtstagswoche, sieht man da, einer hat am Samstag noch Geburtstag gefeiert. Und dann haben wir einfach wieder unglaublich viel erlebt, ganz viele Geschichten und ganz viele Volleyball, die wir gesehen haben. Ich glaube, wir sind einfach am erzählen, möglichst alles. Das klingt gut. Wir grüßen euch ganz herzlich zur schon 12. Folge dieser Saison. Wir waren im Ausland, in Burtschko, und haben dort sehr viel erlebt, was wir euch davon erzählen wollen. Dann haben wir ein Heimspiel gegen Genf und spielen nächste Woche in Düdingen. Also ich glaube, das füllt die Folge. Ist gut so? Wie ich meine. Dann machen wir das erste Mal sportlich, 30 Sekunden zum Europagöp-Spiel in Burtschko. Ja, die Ausgangslage war klar gewesen. Wir haben zwei Sätze gebraucht. Und das hat man gespürt im Team. Wir waren von Anfang an hellwach, haben gut serviert, haben gut geblockt und haben wirklich die zwei Sätze im Schnelldurchgang gemacht. Sehr fokussiert waren, gute Leistung waren, souverän durchgezogen. Dann haben wir ein bisschen gewechselt und dann haben wir ein bisschen den Rhythmus verloren. Wir mussten dann auch den Satz abgeben, haben dann schlussendlich 3-1 gewinnen. Und so natürlich einerseits die Gefahr, die zwei Sätze zu holen, aber auch mit einem Sieg im Gepäck durften, die Heimreise antreten. Gepäck ist ein gutes Stichwort, weil das führt uns ein bisschen zur Reise, die doch ein bisschen spektakulär war. Gepäck ist eigentlich alles gut gegangen. Ja, alles angekommen. Angefangen hat es dann eigentlich mit dem Mittagessen nach der langen Reise, wo wir alle dort im Eingangsbereich gesessen sind oder in dem kleinen Raum, wo es das Essen gegeben hat. Und dann ist das Essen hineingebracht worden. Völlig stolz ist dort der Kellner hineinzulaufen gekommen. Und parat standen, es sind zwölfmal Schnitzelpommes. Genau. Also wirklich so. Wir taten so, ja, Sportmannschaft taten, wir auch in den offiziellen Sportkleiden taten und so weiter. Und dann kommt der Schnitzelpommes rein. Also, es ist gut gewesen. Jetzt können wir ja drüber lachen. Aber ich glaube, in diesem Moment ist schon das Bein das Gesicht ein bisschen verreist. Ja, und ich bin dann gerade aufgestanden, direkt in die Rezeption. Dort würde ich besser Englisch können. Der Koch hat gesagt, ah, Rezeption in Glinzgau und so weiss ich was, hat er nicht viel verstanden. Und ja, da haben wir gesagt, okay, das ist jetzt halt das, um zu Hause. Nachmittag um zwei. Es hat nicht mehr grosse Möglichkeiten, da geht es anders zu nehmen. Also ist es darum gegangen, dass ich am wenigsten nächstes Mal die Zeit kann organisieren. Und dann haben wir das mit der Rezeption mal zuerst geklärt. Und dann am Abend dann nochmal mit dem Chef und der Rezeption. Aber ja, klappt das jetzt immer noch nicht. Wobei, nicht. Es hat mich ein bisschen beruhigt, dass ich da dabei war, als du das dann nachher dann erklärt hast. Und es hat mich ein bisschen beruhigt, dass ich es wirklich richtig verstanden habe, weil du das dann bestellt hast und du hast es auch richtig erzählt. Und trotzdem hat wieder nicht alles ganz funktioniert. Und das zeigt einfach, dass das Kommunikativ schon ziemlich herausfordernd ist, wo wir ja nicht wissen, wo dann quasi der Bruch in der Kette war. Ob sie von der Rezeption am Koch nicht weitergeleitet hat oder ein neuer Koch dann in der Küche war. Es ist noch schwierig zu herausfinden. Und auch sonst, also in der Vorbereitung grundsätzlich, tut man das immer schön alles besprechen mit den Gegnerinnen und Gegnern, was es zu essen gibt und so weiter. Und gleich irgendwie zwischen dem Teammanager vom bosnischen Team und dann nachher der Küche oder mehr irgendwo hat es einfach nicht funktioniert. Also je nachdem, man hat das Gefühl, Schnippo sei doch jetzt etwas, was gut ankommt. Oder eben konkret, wo wir nachher, ich habe ja auch mehr effektiv ein Menitour besprochen für die drei Tage mit der Rezeption nachher. Und was sie halt, das haben wir letztens in Paris schon gehabt, die haben das Wort vegan noch gar nie gehört. Also die haben vegetarisch knapp irgendwie mal durchgekommen, dass die wahrscheinlich kein Fleisch essen und das Bosnischen ist gleich gewesen. Also die haben vegetarisch nicht verstanden. Also wenn ich erkläre, dann brauchen wir quasi einen Fleischersatz und wir nehmen doch das, haben wir noch gesagt, was sie sollen nehmen, sollen wir Boden nehmen und so weiter. Dann haben sie das zwar gemacht, aber einfach keine Beilage mehr. Also die haben einfach Vegetarier... Also man muss sich das vorstellen, wir haben am Abend, am Nächstag, am Mittag, wieder am Abend, jedes Mal, wir müssen sagen, hey, Beilagen auf den Vegetarier, obwohl wir es schon dreimal gesagt haben, ja, gehört auch dazu, aber in jedem Fall, das ist... Ja, und nach dem Schnippo hat er noch ganz, ganz stolz, hat er ein Dessert bringen, hat nochmal ein Riesen-Dessert vorbereitet gehabt und dann haben wir also ein bisschen entscheiden, ob wir jetzt wirklich ein bisschen hart sind und das Dessert wieder zurückschicken oder nicht und dann haben wir uns wirklich gegen das Dessert entschieden, weil Schnippo und Dessert ist... Irgendjens ist der... Ganz, ganz... Viele sehen natürlich für uns, aus unserer Perspektive, sehr, sehr unglücklich, weil wir ja vor ein paar Wochen noch dieses tolle Referat hatten von einer Ernährungsberaterin bei uns und dann gehen wir auswärts essen und dann gibt es Schnippo direkt nach der Reise vor dem Training. Sehr ungünstig gelaufen, aber es hat ja dann schon so entlang funktioniert und darum können wir jetzt auch einigermassen schmunzeln drüber. Ja, genau, und ich meine schon, die Reise selber ist natürlich auch speziell im Herfahren ist es noch gegangen, da haben wir noch einen grossen Bus gehabt, da sind wir aber dort schon von der Grenze und dann haben wir gemerkt, okay, da wird anders gefahren, es ist ja, die Grenze ist ja am Nirvana raus, also es ist ja quasi wirklich, dort ist nichts, es ist einfach eine Grenze und eine riesen Lastwagenkolonne, wo man... Also nur zwei Spuren, eine in die einen Richtung, eine in die andere. Genau, das ist eine Landstraße und das steht 5-6 Kilometer und ja, dann fährt man einfach auf der Gegenspur, weil man ist ja kein Lastwagen und dann wird er dann gegenkommen und dann wird er auf dem Verkehrsweg ausgewichen und so weiter, aber ja, wahrscheinlich ist es undenkbar, auf der anderen Seite eigentlich logisch, weil eben eine Lastwagenabfertigung dort ist ewig gegangen, also gefühlt hat jeder Lastwagen 10 Minuten braucht, hat ich jetzt mal gesagt und da sind Kilometerweise Lastwagen gestanden und wir eben auf der Gegenspur vor allem vorbeigefahren und wir haben auch noch ein Zeitpunkt gebraucht, aber beim Herfahren ist das ja noch relativ, ja, sag ich jetzt mal geordnet vor Stattengang. Geordnet, wir können dann nachher noch zurückreisen, aber wenn ich wenigstens den Schnippo hätte in Ruhe geniessen können, dann hätte ich wenigstens das meint, schlussendlich kann ich mich ernähren, wenn ich mich will, auch wenn ich Marathon laufe am nächsten Sonntag und eigentlich sollte ich auf die Nahrung schauen, ich hätte den Schnippo geniessen können, habe es aber auch nicht wirklich geniessen, weil ich permanent gestört wurde, weil ich von so einem Mittelsmann, der zwischen Busunternehmern und Fahrern gestanden ist und einfach ums Verrecken plötzlich wollte, 1200 Euro Cash haben, weil sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben mit ehemaligen Volleyballteams, die sie beharbergt haben, die einfach nie die Rechnungen gezahlt haben, haben sie plötzlich gefunden, ich will mir das jetzt sofort Cash, den Preis, den wir abgemacht haben, hat nicht alles gestimmt, das haben wir im Vorfeld geklärt, aber ich halte nicht etwa 1200 Euro beim Mittag im Hosensack, den ich ihm dann geben kann. Und dann ist es losgegangen, dann sind wir von Bank zu Bank, die ich natürlich mit meinen Kärtchen, einerseits privat mit der Reifise oder auch BLKB beruflich, haben wir probiert, Geld abzuheben, hat natürlich nicht funktioniert, bei irgendeinem drei verschiedenen Bankautomaten, dann haben wir probiert, Lösungen zu finden mit Banküberweisung, aber das hat irgendein der Busunternehmer nicht wollen, weil er nicht sicher war, dass er dann das Geld kriegt und so weiter, das war ein Riesending und dann ist einfach während des Mittags immer wieder gekommen, tue ich einfach so lusten, tue ich einfach so lusten. Jetzt bin ich gerade mal schnell am Essen und es hat sich am Schluss dann herausgestellt, dass der mittelsmann eigentlich ein guter Typ war und ich habe dann nachdem alles, alles klärt zu sehen und am Schluss mit ihm noch Kaffee und ein Bier getrunken, also ein Bierreichter-Kaffee und es ist ein wirklich guter Typ gewesen, der einfach in seiner Hierarchie von diesem Unternehmen so unter Druck gesetzt worden ist, von seinem Chef, dass er jetzt das Geld muss auftreiben, dass er halt selber eben so unangenehm worden ist und wir haben dann noch mit dir probiert Geld abzusehen mit deiner Karte, hat dann bis zu einem gewissen Grad funktioniert und so 500 Euro haben wir gekriegt, aber es hat halt wenig gelenkt, die habe ich jetzt übrigens immer noch in Bord gelegt, das sind ja dann nicht Euro, sondern die lokale Währung, die ich nachher noch wieder umduschen muss. Und dann haben wir die Lösung gefunden, dass wir bei einem Partnerhotel von Ihnen, sind wir dann auch noch durch das Städtchen gelaufen, haben wir dann dort eine Kreditkarte Rechnung gezahlen mit der Kreditkarte und die 1200 Euro haben wir rechtzeitig überwiesen. Also das Problem ist ja eigentlich das, dass gewisse Länder aus, sagen wir mal, kriminellen Bekannten bekannt sind, das heisst einfach Scamming angeht und so weiter, die Banken sperren, die Möglichkeit, einen grossen Geldbetrag abzuheben, genau, weil wir dann Betrug gefällt und quasi, man muss sich das vorstellen, wir können das Geld in einem Land nicht abheben, weil die Banken das wegen Betrug sperren, weil die Angst haben, von uns betragen zu werden. Also das ist schon eine interessante Geschichte und für uns natürlich völlig unvorstellbar, dass wir sagen, hey, wir können dir das jetzt überweisen von der Bank und du hattest es morgen und wir würden vor der Abfahrt, aber das ist quasi ein Zweifelsfall. Das war so prägt von der Vergangenheit und ich verstand das, wenn du dann irgendwie auf offenen Rechnungen von 5'000 Euro sitzt, wie damals von einem Team aus Spanien, das einfach nie gezahlt wird, das ist natürlich für ein Unternehmen dort extrem bitter, wenn dir das Geld nie mehr gesehen ist und ich verstand auch, dass du das eben nicht verfolgen kannst, juristisch, wenn jemand dann noch, also du kannst schon, aber es ist natürlich viel aufwendig und kostet viel zu viel, wenn dann irgendein Spanisches Team verklagen möchte, weil sie nie die Rechnung gezahlt haben, darum verstand ich natürlich, dass er das Geld will, aber das ist auch nicht mein Problem, wenn sich die anderen Teams halt nicht korrekt verhalten, ich habe ihm dann probiert zu erklären, dass ich seit viereinhalb Jahren dort bei uns arbeite und wenn er jede einzelne Rechnung, die wir geschuldet haben, haben wir immer rechtzeitig gezahlt, also wir hätten den Betrag überwiesen, aber ja. Ja, also für jeden Fall ist es turbulent der erste Tagsaison und dann sind wir ja in die Halle gekommen und die Halle war ein bisschen anders als wir uns das gewöhnt sind, wenn wir es so sagen. Also das haben wir auch gewusst gehabt, haben wir ja Bilder gesehen über den Hallen und so weiter, aber es hat schon einen Hallenboden gehabt, wo dort nur so aufgestanden ist, dass man sagen, wenn du dort eine Rolle machst, dann hast du einen Spreiser im Arm. Auf der anderen Seite, was man schon sagen muss, was natürlich im Vergleich zu einer Halle in der Schweiz ist, die Halle ist einfach hoch und man hat Platz. Das ist einfach, jede Halle, egal, böse gesagt, wie weit weg wir irgendwo am hintersten krachen sind, die haben einfach Hallen, wo Sport möglich ist von der Dimension her. Also die Halle ist 13 Meter hoch gewesen, gefühlt hat der Napoleon da drin schon trainiert, das war schon so eine alte, aber es hat einfach Platz gehabt. Aber eben der Boden ist halt häufig Parkett, aber eben nicht so Parkett, wie wir ihn kennen, sondern halt wirklich eben sehr alte, harte Parkett mit ganz kleinen Plättchen und eben die haben zum Teil Löcher gehabt und so weiter. Das hat dazu geführt, dass ich dann am Morgen, am nächsten Tag, das Team schon geschickt und dann habe ich von Supervisor gewartet und dann haben wir zusammen dort an das Netz, die Antenne noch einmal richtig aufgestellt und eben den Boden geklebt. Also dort was Löcher sind. Also Supervisor ist der, der quasi die Schiedsrichter und aber auch Teams überwacht, der quasi so ein bisschen der Hauptorganisator ist oder das Ganze kontrolliert. Genau, so ein bisschen der Quality Manager sozusagen und ich habe gewusst, du hast mir ja gesagt, dass die nachher ein Meeting haben in der Halle und dann wollte ich sicherstellen, dass wir am Abend beim Matsch die Zonen abklebt haben, weil sonst ja die schon eine selber Rolle dabei gehabt und hat das am Matsch selber abklebt, aber einfach dort geht die Sicherheit vor und das hat dann auch geklappt, aber eben auch dort wieder, also wir sind echt die ganze Zeit auf die Rabe gesetzt, um irgendwie uns ein Umfeld so gut vorzubereiten. Wir hatten zum Beispiel auch kein Wireless in der Halle, also normalerweise ist eigentlich Wi-Fi Pflicht und sie hatten natürlich Netzwerke, aber nur mit Kabel und eigentlich ist es auch in der Regulare, Supervisor hätte eigentlich dafür sorgen müssen, dass ein WLAN in der Halle verfügbar ist, ist halt dann nicht gewesen, da haben wir unsere Scouting-Lösung nicht machen, so wie wir planen, dann einfach der Jan, der unser Scout ist, hat von zu Hause aus auf meinem Laptop dort scoutet, da hat man nämlich Statistik und so auch vor Ort gehabt, das ist aber dann auch nicht gegangen, also wir haben schon sehr viel Improvisationstalent gebraucht. Ja, das Lustige ist ja, wie gesagt, am Flughafen Zürich habe ich das wie so ein bisschen antizipiert, ich denke, das könnte ein bisschen chaotisch sein aus der Erfahrung vom Hinspiel, wo ich gemerkt habe, die Kommunikation mit dem Team von Bosnien ist eher herausfordernd, auch weil das Englisch nicht so gut ist, weil sie einfach andere Standards gewöhnt sind, als wir das haben. Dann habe ich das Team so ein bisschen probiert, darauf einzuschweren und sage, wir probieren in einer Bubble zu bleiben, wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, wir bleiben cool, auch wenn mal etwas schief geht. Ich glaube, der Einzige, der nicht wirklich cool geblieben ist, ist für mich zu sehen. Ja, weil wenn dann der Chef von diesem Busunternehmen dir anruft und sagt, if I don't have the money tomorrow at 8, you don't have bus, you can not go to the game and not to the airport und blablabla. Also er hat dann ziemlich rabiat angefangen zu drohen und gefunden, hey, wir brauchen das Geld und so. Und in diesem Moment, das hört sich mir dann doch nicht kalt, weil man hätte ein Problem gehabt, wenn wir am anderen Morgen dann nicht an den Flughafen hätten zurückgefahren werden können. Ja, es ist ja noch etwas los gewesen. Zum Abschliessen, Druckreise war ja dann in einem Minibus mit 17 Personenplätzen, was ja per se rein von der Personenanzahl natürlich funktioniert hat, aber wir haben natürlich alle noch Gepäck dabei gehabt, also es ist sehr eng auf der Rückreise, die drei Stunden im Flughafen und auch dort ist abgemacht, er kam in einem grossen Bus und wieso auch immer ist dann nach dem ganzen Konflikt, also so ist dann der kleine Bus gestanden. Wir lassen es einfach mal so stehen. Ich habe ihm dann geschrieben, wieso keinen grossen Bus nicht gefunden, we had problems. Aber interessant ist auch, ich Grenzen begangen, es war nur ein Kleinbus. Stimmt. Wir sind ja dann eben, es sind zwei Grenzen, also ich meine, man kommt von Bosnien, hat sich auch Wiener, kommt man über Grenzen nach Serbien und dann gibt es zwei Grenzenübergänge, also der eine war auf der Bosnien Seite und dann haben die wieder einen Stempfui in den Pass gemacht und auf der serbischen Seite nochmal einen Stempfui in den Pass und dort sind wirklich dann der Bus her und jetzt das Mal wollten sie alle Pässe kontrollieren, alle mussten aussteigen und das muss man sich vorstellen, das ist wirklich im Nirwana, ist dort eine solche Poste und dann haben sie aussteigen und die, die kontrolliert wurden, sie mussten zu Fuss über die Barriere laufen und dann haben also quasi alle Dänen gewartet und dann ist der Bus nachgefahren und sie sind wieder eingeladen, der bei der serbischen Poste genau das gleiche Spiel noch einmal, wir aussteigen dort im staubigen Poste wirklich, man muss sich wirklich vorstellen, man ist wirklich im Niemandsland und es hat nur den Posten dort und ein paar Laststagen wo stehen und dann dort haben sie mit einem kleinen Postli zu diesem Mannli müssen gehen, den Stempfui holen und dann 10 Meter nach vorne laufen und dann ganz genau geschaut, dass man ja davor wartet, ja nicht zurücklaufen und dann haben dort quasi 17 Leute gewartet, dass der Bus zur Barriere fährt und wir wieder einsteigen, ja, also das war auch spannend und die intensive Reise hat ja dann auch so ein bisschen körperliche Bresten mit sich brucht, logischerweise auch mentale Bresten, die wir dann auch gemerkt haben am Sonntag, ich glaube, es war wirklich ein bisschen Kampf mit uns selber, dass wir irgendwie diese Performance wieder anbekommen gegen Genf, oder? Ja, genau. Timeout, machen wir so, Timeout. Also 30 Sekunden zum Spiel gegen Genf. Ja, also quasi der Abschluss von dieser Spielserie war das Heimspiel gegen Genf. Genf hat bisher resultatmäßig noch nicht so können überzügen, hat aber sehr gute neue Spielerinnen in der Reihe und von dem her sind wir gewarnt gewesen und Genf hat sehr gut gestartet, ist irgendwie mit 7-1 oder so in Führung gegangen, wir haben ja aber dann unsere Stechen können ausspielen am Service, das ist ein bisschen die taktische Maßrichtung gewesen, sehr mit Service Unterdrucksätzen und da ist es dann gelungen, zwei Sätze lang und im dritten Satz ist die Füssspannung ein bisschen weg gewesen oder vielleicht auch die Kräfte ein bisschen gefehlt und dann ist es noch einmal knapp geworden am Schluss und wie im Stil eine Woche vor gegen Gugano hat es dann 30-28 wenn es geändert wird zu unseren Gunsten von dem her haben wir am Schluss doch, ja, die Kräfte haben dann noch irgendwie gelangt und der Fokus hat auch noch gelangt, um am Schluss die wichtigen 3 Punkte zu holen und ohne Satzverluste aus diesem Heimatschus zu gehen. Und das zeigt ja schon ein bisschen, dass wir mental Fortschritt gemacht haben und langsam so ein bisschen Windermentalität entwickeln, weil wir jetzt doch fünf Spiele hatten, fünf Mal gewonnen haben und jeder Satz irgendwie an einem knapp gewesen ist oder irgendwie ein Kampf gewesen ist und trotzdem haben wir uns am Schluss durchgesetzt. Ja genau, das ist sicher etwas, das wir mitnehmen können und auf der anderen Seite haben wir schon noch sehr viele Sachen gesehen, die natürlich abstimmungsmässig noch nicht so sind wir uns das vorstellen oder eben so Phasen, wo wir fünf, sechs Punkte kassieren, wo wir natürlich überhaupt den ersten so einen Endsatz Situation reinkommen und wo wir natürlich künftig vermeiden wollen und für das sind wir jetzt schon froh, haben wir jetzt eine Woche, wo wir ein bisschen mehr ins Training und in der Holik investieren können und dann geht es dann sofort wieder im englischen Rhythmus weiter. Also das erste Mal bevor es wieder europäisch wird noch schnell auf ein Nazi-Amatsch ansteht, wir spielen nächsten Samstag gegen Düdingen. Genau, wir spielen auswärts, also haben sie jetzt eigentlich das zweite auswärts Nazi-Anspiel gegen Düdingen, die haben bis jetzt eben auch resultatmässig noch nicht das können bringen, wo sie sich vielleicht erhofft haben, sie sind aber auch ein neu zusammengestelltes Team, sie sind stark, haben eben vor einer Woche gegen Neuchatel noch das 3-2 gehabt, also das 2-3 und haben Supergab jetzt aber klar verloren gehabt und von dem her ist die Seite daheim natürlich immer stark, war eine sehr schwierige Aufgabe für uns, aber eben wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns darauf vorzubereiten und wir freuen uns natürlich. Was wir auch wieder neu machen, wir machen immer wieder Sachen neu und das ist gleichzeitig Fluch und Zägen, Fluch, weil es einfach immer wieder Aufwand ist und wir uns selber immer wieder out of the comfort zone pushen, andererseits lohnt es sich logischerweise, weil wir immer wieder schöne, coole neue Sachen anreissen. Was ich gerade vorhatte, durfte arrangieren, ist, wir werden ein Public Viewing machen von dem Spiel und zwar darum, weil Düdingen einen super Livestream-Jewies anbieten, die haben wirklich nebst unserem tollen Livestream-Team, die haben jetzt einfach neue, hast du gesehen? Also hast du gesehen? Ja, mich haben wir jetzt gut. Hast du die benommen? Ich habe es noch nicht genossen. und es ist natürlich auch ein Feedback bekommen, so als Klammern und merkt, wir haben ein Mikrofon bei den Timeouts gehabt und das ist sehr gut angekommen, also sehr viel Feedback, sehr viel gehabt, da haben wir auch gehört, was die Trainer sagen und da habe ich gedacht, ich hätte es nicht gedacht, dass man das so sagt und so, also es ist cool gewesen. Liebe Grüße auch an Tobi, der das fantastisch gemacht hat, hat dort schön dezent jeweils das Mikrofon reingeholt, wobei ich weiß nicht, ob es dezent ist, wenn man in so einem pinken, er ist eher ein grosser, kräftiger Mensch und dann nachher in einem pinken Leibchen ist es nicht mehr so dezent, aber er probiert möglichst unauffällig natürlich das Mikrofon in Kreis reinzuhaben und Werner Leisinger und Paul Rohrer, wo wir zusammen mit René Drussel haben das einfach wieder umgesetzt und jetzt haben wir dort den Standort, wie das Messer gemacht wird, nämlich, dass man den Trainer zuhören kann. Sehr, sehr cool. Aber eben, Düdingen hat auch einen wunderbaren Livestream und den wollen wir natürlich nutzen, darum bieten wir ein Public Viewing an in der Mühli Bar. Der Tibor Wendling vom Gasthof Mühli hat uns hier offeriert, dass wir bei ihm in der Mühli Bar unten in den Matsch schauen können. Also wir werden mit Beamer und Linwand den Matsch dort streamen können. Das heisst, die, die nicht Zeit haben oder nicht mögen auf Düdingen gehen, die Option gibt es logischerweise auch das Team vor Ort zu unterstützen, können ab den Vieren am Samstag Nachmittag in die Mühli Bar gehen. Es gibt dort logischerweise alles, was das Herz begehrt, kulinarisch, es gibt Flammkuchen im Angebot, dann gibt es noch Bier oder irgendein Getränk, der noch dort unten hat und dann schauen wir dort zusammen den Matsch, ich werde dort auch dabei sein und schauen, dass alles funktioniert und dann können wir hoffentlich die nächsten drei Punkte bejubeln zusammen in der Mühli Bar. Ja, machen wir so. Dann geht es ja noch weiter mit Europa, da können wir schon noch schnell ein bisschen vorausschauen, weil dort haben wir uns jetzt für die nächste Runde qualifiziert und es steht noch nicht ganz an, aber es ist schon cool, dass wir jetzt die europäische Kampagne fortfahren können. Wir sind jetzt schon wieder dran am Flugbuch, weil es geht als nächstes auf Wien. Genau, wir spielen gegen Sokol, Niederösterreich und die spielen in Wien, das ist natürlich reisertechnisch wahrscheinlich nicht ganz so eine Herausforderung letztes Mal. Sprachlich soll es auch nicht ganz, das war eine Herausforderung. Sprachlich, das war auch, bei dem Schnippo bin ich noch nicht ganz sicher. Da bin ich noch nicht ganz sicher, aber vielleicht müssen wir dort ein bisschen an Alexi Stückelbeck, der uns da hilft bei der Organisation vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt Schnippo für diese Saison haben. Genau, also das ist eben so Schnitzel Wien, das hat gewisse Verbindungen, aber sonst, von dem her eben, wir werden auf Wien gehen, respektive zuerst kommen sie zu uns und dann sind Mitte November die nächsten zwei Runden. Und spätlich, schätzt du das ein? Ja, sie haben ein Spiel gespielt jetzt, sie sind jetzt das Wochenende zum zweiten Spiel dran, sie haben wirklich gute Angreiferinnen im Team, gute ausländische Angreifer im Team, aber grundsätzlich ist die österreichische Liga ein bisschen schwächer als die Schweizer Liga einzuschätzen, gehören aber dort zu den Top-Teams und von dem her erwarte ich wirklich so ein bisschen ein Duell auf Augenhöhe, wo sicher auch die Heimstärke entscheidend wird sein und das ist für uns vielleicht der Vorteil, dass wir mit einem Heimspiel starten und dort dann eigentlich möglichst gut können die Voraussetzungen schaffen für das Rückspiel. Dann ist das der Moment, wo ihr euch den Match einschreiben könnt. Es ist nämlich der 6. November 19.30, wo wir daheim in der Smash Arena im Löhrenacker gegen das Team werden antreten. Eine Woche später sind wir dann in Wien und dann schauen wir, ob die europäische Kampagne nochmal eine Runde weitergeht. Wir freuen uns drauf. Dankeschön vielmals fürs Zuhören. Jetzt sind wir jetzt mal wieder ein bisschen länger gewesen. Aber das ist gut. Jetzt haben wir das können verarbeiten, die Resse, können drüber schätzen, abhügeln und das sehen wir weiter. Gute Woche, bis bald. Bis bald.